hallo meine lieben freunde des gepflegten der ls-20 bei einer weiteren folge auf der ehrengrad mit dem florent die stücklehrte passte perfekt der schlau gar nichts gar nichts umschuldig So, ah, da vorne war ich, gell? Alter, wollte gerade... Richtige, wollte es nicht. Ich habe hier eigentlich nur vertreten. Stimmt, er hat gar nicht so richtig gedacht, jetzt kacken wir erstmal richtig rein. Wunderbar. Oh, inzwischen ist ein grünes und zwei gelbe Lämpchen beim GoPro-Arkurs. Wunderbar. Ist doch schön. Wunderbar. Ich glaube, ich kann glaube, wir wollen uns hinten durch den Schieds da unten reinfahren. Oh, bis dahin bin ich früh. Nämlich jetzt. Oh, das wird echt, das wird richtig eng. Oh, jetzt kommen wir. Oh, man, doch nicht. Ah, wir sind jetzt schon viel zu hoch. Wow. So. Oh, genau, wo wir jetzt kommen. Oh, jetzt sind wir mal sauber durch. Komm mal. Oh, jetzt kommen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Tor ist da Du hast geschaut, was du den kriegst du Und beide Mann schiebst glatt Schäfer meinst du? Beidemann haben wir keinen Ja, beide Mann verneut dir Du hast den Schlüter im Ding stehen lassen Den Gefährt den jetzt hat die ganze Zeit der Hilfe weitergearbeitet Das kann gut sein, ja Aber das hast du doch mitbekommen Als ich gesagt habe, du musst den Hilfe einstellen Ja, das schon Da war ich ja schon lange weg Ja, aber trotzdem hast du Ja, ich dachte, das machst du gleich mit Aha Ich verstehe... 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 Hier ist da vor allem bei dem Berg oder Dingay... Du denkst, identified ... Du, warum messer in so ein abgehackter Schatten Aber das ist immer von den Dingen Von den Berggipfeln Wen wir den Schatten schmisen Jaja Los aufbauen Was hast du denn hier für ein Schlenker reingehaut beim Wehen? Wo? Mitten in der Wiese In der Wiese? Relativ weit unten Das war relativ weit bei der einen Straße bei der BGA Relativ mittig Von der KD-Aus geht der Weg weiter um Hm Da bist du also vollständig Fisch den Büffel ausgeht Keine Ahnung, du musst dich wahrscheinlich schon wegschwarten, oder? Da muss ich mal kurz angucken, das interessiert mich Ja Ja warte, ich bin jetzt nur am anderen Ende Fächste gleich, dann muss ich mal runter dann Oh ne, jetzt bestimmt noch mal Ich bin da wieder eingestiegen, wenn die Schuhe jetzt bald wieder nicht mal abkippen Hä? Ja mit dem Hänger Oh ne, ich jetzt? Ja Kann ich zuschauen, ob du abkippen kannst Das ist wahrscheinlich mal da oben zu Den Schlenker da an Also unten zur Ding hin, oder was? Ne, ich kann auch nicht abkippen, bei mir ist das aber auch leer Ja Ja Muss ich sogar auf 11 oder 12 nochmal schnell neu aufkippen Also da muss ich jetzt hinlaufen, da unten, Mensch Ja, da, Radarsno Ah, hier Hm, hm, was fahren? Und das ist das? ach ne da bin ich nicht von und dann ist ding dann bin ich wieder zwei drüber weil ich noch hinter den schacken und da bin ich um deswegen ist da glaube ich zumindest dass das davon ist du bist einfach ein bisschen ausspricht oder am amt normalerweise hätte es jetzt sein so gut äh so war immer wie hieß denn jetzt gleich nochmal zu können da zu gut ne zu übernehmen zu zu gebieter jetzt kann ich abbleiben ok 2 point Ja, ja. 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 Ja, ja.